Die Pflanzen sind das Wichtigste überhaupt im Garten. Ohne Pflanzen gibt es keinen Garten. Weil du kannst davor schon viel arbeiten mit Steinen und Bodenarbeiten und dann kommen die Pflanzen ins Spiel und dann ist alles auf einmal grün und alles lebt. Es ist eigentlich so das wichtigste gestalterische Element, das man hat.